Okay, wenn ich ganz nah heranzoome, krieg ich sogar eine First Person. Und damit willkommen zurück zu Lego World. Dann wackelt der Screen immer so ein bisschen und dann schlüpfe ich in mich rein. Charney hat etwas geschrieben. Wenn du ein mächtiges Schwert oder etwas Explosives hast, dann lass keine Gnade walten. Außer beim Zombie Cheerleader. Die ist so süß, auf eine teuflische, untote, hirnfressende Art. Okay. Ich wollte eigentlich was anderes suchen. Die Frage ist nur, welcher Baum dazu zählt. Charney hat nämlich gesagt, dass Äpfel von Apfelbäumen runterfallen, wenn man die schlägt. Bist du ein Apfelbaum? Nein. Was ist denn so ein Apfelbaum? Die wollen alle einen Apfel haben. Und du? Wieso gibt's hier Zombies? Das ist doch voll nervig. Wenn ich's so mache... Na, dann ist es nicht pausiert. Aber ich hab natürlich ein Säbel. Hey, das macht gar nichts besser. What the fuck? Und dann sterbt ihr. Das macht voll keinen Sinn. Kann ich das... Leg ich so weg? Ah, cool. Das ist natürlich toll. Jetzt muss ich mich wieder andauernd rausbauen, weil ich erst was gegessen hab. Aber naja. Pizza-Paket geht vor Aufnahme. Was ist ein Apfelbaum? Na toll. Okay, schauen wir uns mal einen der vielen grünen Punkte an. Und was baut sich da auf eine Scheune? Habe ich irgendwas Besonderes? Oh, Moment. Hm? Ach stimmt, ich muss doch zur Rakete oder so. Hm. Und du hast eine Quest? Okay. Dann... Könnte ich doch... Könnte ich nicht ganz viele Farmentore aneinandersetzen? Hä? Wieso... Geht meine Maus nicht den ganzen Bildschirm weit? Was ist das? Ah, okay. Was haben wir alles? Objekte. Habe ich vielleicht irgendwas, was aussieht wie ein Zauntor? Yay. Einmal rausschneiden für mich. So, was ist das denn hier? Ist das nicht perfekt? Wieso wackelt das so? Was ist denn der Radikal mit dem Spiel los? Was tut es? Ich tue mir jetzt einfach ganz viel von diesen Dingern ineinander. Und er läuft da einfach durch. Es interessiert ihn nicht. Äh, er... Kannst du bitte weggehen? Dude. Geh weg! Ich will nix mit dir! So, jetzt bräuchte ich noch kleine Tore. Oh. Ja, das ist doch quasi zusammen, hä? Reicht dir das schon? Steine 0. Möchtest du, dass ich das mit Steinen baue? Aber du hast auf jeden Fall halt, du hast doch dieses eine... Ne. Äh, C. Du hast dieses Tool. Und dann möchtest du, dass ich hier was baue. Aber so ein Gehege braucht doch gar nicht mehr als das, was ich jetzt gemacht habe. Also wenn ich dir jetzt einfach hier noch ein schönes Eckchen hinbaue, dürfte dir das doch genügen, oder? Oh, da drin ist eine große Truhe. Ich meine, du möchtest doch nicht, dass ich dir so ein hässlicher Wand hinbaue. Das soll lieber schon realistisch aussehen. Zehn. Wieso bin ich denn schon gar nicht mehr im Quest-Fenster? Ich geh mal kurz raus. Und ich darf nicht mehr mit ihr reden. Weil du Idiot im Weg stehst. Ach. Das Spiel ist kaputt, würde ich jetzt sagen. Wenn Shani zusieht. Hehe. Ja, ja. Immer wenn ich irgendwas nicht hinkriege, ist das Spiel kaputt. Was ist das? Oh. Was habe ich da gerade bekommen? Bauplan, ich stand ja nicht dabei, Bauplan was? Für was war der Bauplan? Halt, kann ich das nicht so nachgucken? Wasserturm? Kann's das sein? Einfach mal alles kaufen. Okay, platzieren wollte ich es jetzt nicht unbedingt. What the fuck? Ich sehe nicht das obere Stück von dem Teil. Wenn ich es so mache. Nein, auch nicht. Ja, doch. Okay. Ich möchte aber sowieso, wenn es geht irgendwas anderes, kann ich... Ah. Ich möchte es eigentlich nur erstmal kaufen. Weil ich doch so viel Geld habe. Haha. Okay, so ein paar Objekte. Gibt's ja nicht so viel Spannendes. Eine Ertränke kann ich da noch reinsetzen. Ah, ich meine, was will die Frau auch? Ich hab doch alles gemacht, was sie sich erträumen konnte. Jetzt redet die nicht mehr mit mir. Die ist voll eingebildet. Kannst du bitte weggehen? Ich kann dich wegschieben. Ist die Quest erfüllt, ja? Ist die erfüllt? Bin ich fertig? Ich würde sagen, ich hab's geschafft. Es ist nicht toll geworden. Da pennt einfach eine Kuh auf dem Zaun. Ich glaub's nicht. Kann ich die nicht schieben? Oh. Okay, sie pennt weiter. Alles klar. Was willst du, Mädchen? Ich verstehe eure Quests nicht. Ich bin zu dumm für den Scheiß. Ich benutze dieses Teil. Darf ich jetzt mit dir reden? Nö. 14 Steine gesetzt. Ja, los, komm. Es ist halt nicht mehr grün markiert, ne? Wieso kannst du das Zeug nicht einfach auf dem Boden platzieren, Mann? Das stört doch. Was? Oh, okay, passt auf. Oh, jetzt ist nur der rechte Stein jetzt fertig anerkannt. Wenn ich jetzt Z drücke? Sieht gut aus. Bist du fertig? Na klar. Was krieg ich dafür? Cool. Hilfst du mir die Kühe und Schweine ins neue Gehege zu bringen? Na klar. Das dürfte ich tatsächlich ausnahmsweise mal hinbekommen. Schwein, möchtest du zwei haben? So. Und hab ich Kühe? Irgendwie ja nicht. Halt. Geh ich wieder raus. Oh, nein. Aber da pennt doch eine drin. Zieh dir doch mal die Kuh rein. Schwarzbunte Kuh kann doch nicht entdeckt werden. Die ist doch voll drin und so. Ach, aber du willst so eine... Muss das die Kuh sein? Okay. Schneiden für mich. Schneiden, schneiden. Das erwähne ich nicht das erste Mal. Und zwar ja auch nicht das erste Mal. Wow. Halt, hatte ich nicht sowas wie eine Karotte? C, C, Zerk, Banane. Nö. Wenn ich jetzt S, können S drüber. Ah ja, passt schon. So, eine braune Kusel ist sein, oder was? Du siehst so aus wie das. Halt. Ist ja unverfügbar. Kann ich dich schlagen? Nein! Ja, ja. Komm. Du beruhigst dich wieder. Du bist aber schon wie ein Minecraft-Tier, oder? Was müsst ihr denn auch alle pennen nachts? Was ist denn das für eine seltsame Idee? Kannst du davon zu rennen? Rennt die vor mir weg. Rennt ziemlich weit. Oh mein Gott, die ertränkt sich. Sprickt die jetzt aus der Welt? Ah, sie hat sich beruhigt. Oder hast du wieder Angst, wenn du mich siehst? Ja, fein. Darf ich jetzt sehen, was ich für dich brauche? Nichts? Was ist denn der Scheiß? Mission verfügbar. Was ist das für eine Idee? Absteigen. Ah, guck mal. Die. Die müssen grünen Apfel haben. Apfelbaum. Schau an, ich habe noch keinen Apfelbaum gesehen. Wahrscheinlich liegt es an mir. Aber ich glaube, das Spiel ist kaputt. Huh. Hast du einen Baum, den ich schlagen kann? Nein. Vielleicht ist es ja auch irgendwie sowas Kleineres. Vielleicht können hier auch Kürbisse rauskommen. Da. Da. Da war was. Habe ich das jetzt aufgehoben? Äh, irgendwie ja nicht. Aber da glitzert was drin, das sehe ich. So, hier. Oh. Oh Gott. Ich habe mich gar nicht gesehen. Wieso? Ja. Tötet mich einfach einmal und geht weg. Das ist eine gute Idee. So, jetzt. Hey, da. Nicht verschwinden. Tja. Was kann ich mir damit holen? Irgend so ein Viech in der Nähe. Irgendwer wollte Gras. Du möchtest Gras. Reden. Wir besprechen unsere Probleme. Wir streiten uns nicht. So, jetzt habe ich so ein Viech freigeschaltet, ne? Boom. Meins. Fehlt ja nur noch eine Kuh. Äh. C wollte ich. Und dann wollte ich da mal rein rein. Was ist das da unten? Oh mein Gott, folgst du mir jetzt? Ah. Na toll. Möhre. Moment. Nimm. 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 Ja, ja. Ja, ja. Nimm. Oh, nice. Hey, lass uns reden. Nicht streiten. Lass uns reden. Hat ihm gefallen. Nein. Okay. Beste Freunde. Ah, cool. Pferd. Klammernfug. Was explodiert hier hinten? Oh, du explodierst. Halt, ich will so eine Platte. Gib her. Oh nein, Wasser. Haha. Mit dem Pferd. Am besten die Ziege kommt aus. Sie kommt mit. Ja, klasse. Okay, im Wasser kann ich hier nicht einholen. Also geh an Land. Oh, Moment. Darf ich dich aufsetzen und dann eh drücken? Aber ich bin ja so schneller. Darf ich nicht? Darf ich tatsächlich nicht? Also, geh ich stark von aus. Okay, cool. Komm ran. Was? Könnte ich mich auf so ein... Ach nee, ich darf's aufheben. Ach, Mann. Kann man nicht in diesem Spiel beschleunigen? Rennen oder so? Äh. Ach so, die Welt ist hier vorbei. Na los, komm. Wieso überholt mich mein Pferd? Was ist denn der Scheiß? Ist das sein Ernst? Halt. Ich konnte mich rollen. Kann dieses Pferd bitte weggehen? Ich geb nie wieder irgendeinem Scheißtier hier irgendwas. Oh, das ist für eine Kacke. So, los, jetzt. Ich komm doch schon so nah ran. Jawohl. So. Vielleicht ist das da ein Apfelbaum. Vielleicht hängen da auch so kleine Dinger dran. Das wäre ein Ansatz. Ah nee, der da. Hi. Grüner Apfel. So. Braunes Pferd suchen. Äh, Pferd. Nein. Aber so ein Vieh hab ich doch schon, oder? Hm. Cool. Ja. Sonst könnte ich nicht aufsteigen. Sonst müsste ich erst reden. Sonst müsste ich meine Probleme erst aussprechen. Pf. Wo ist denn hier so ein Vieh? Da. Weh, du willst jetzt sagen was anderes. Ja. So. Unsere Familie wächst. So. Dann möchte ich dich bitte... Nein. Möchte ich nicht. Entdecken. So. Euch zwei hatte ich entdeckt. Gut. Dann kann ich euch auch irgendwie sagen, dass ihr euch verpissen seid. Vielleicht nehme ich euch Schlager oder so. Aber das wäre nicht kinderfreundlich. Hm. Dann könnte ich keine Werbung unter meinem Video schalten. Was natürlich ganz doll wichtig wäre. Was ist mit dir? Hi. Haha. Gleich erfüllt sich die Quest von selber. Ah, warte. Das kriegen wir hin. Äh. Los, komm. Piggy. Jawohl. Meins. Nice. Nice Sache. Bin ich jetzt fertig mit dir? Ich bin ein Bauer. Yeah. Chani. Bist du jetzt happy? Okay. Ich glaube der Typ will weiter nichts. Nice. Dann. Hier war das, oder? Der große grüne Punkt. Wo die Schweine immer noch drin sind. Was ist das? Eine Beere? Okay. Wir können auf jeden Fall... Oh halt. Ich könnte die eine Kuh auch hier reinlocken. Na los, komm. Hä? Hä? Dummes Tier. Drücken wir einfach Kuh. Was? Was hat sie gemacht? Rosaross. Hä? Oh nein, ich wollte nicht auf einem... Kann ich aufhören, auf Tieren zu reiten? Ach so, absteigen. F. Ich hasse mein Leben. Dieses Spiel ist zu schwer für mich. Hä? Ach so, angreifen, nicht absteigen. Oh. Wusste ich. So, was möchtest du denn? Hi. Mhm. Mach ich. So. Habe ich immer noch Schweine? Nee. So. Bitte geh weg. Und lass mich in Ruhe. Jawohl, gelber Apfel. Jetzt habe ich schon zwei. Oh, jetzt möchtest du noch eine Sache und dann kriege ich sogar einen goldenen Stein. Okay, Moment. Äh. Falltasten möchte ich. Oh, ich habe immer noch den grünen Apfel. Die Karotte und das Gras. Das ist ja perfekt. Was ist das? Fernglas. Stimmt. Kamera. Darf ich nicht. Das Teil weglegen. Halt. Das. Ich sehe. Wenn ich jetzt den Apfel... Ah, nee, halte ich nicht mehr. Okay. Letzte Aufgabe. Da würde ein Wasserturm sicher Abhilfe schaffen. Das kriege ich hin. Alter. Wir sind gut. Wir werden gut in diesem Spiel. Wo willst du denn hinhaben? Schatz. Such's dir aus. Hast du einen bestimmten Spot? Nice. Oh lol. Häng halt im Zaun fest. Gute Idee. So. Mein Teil. Gut. Mensch. Macht eigentlich immer noch diese Familie da hinter mir her? Oh nein, ich bin die losgewohnt, dachte ich. Achso, sie springen sogar hinterher. Kann ich euch irgendwie sagen, dass ich euch nicht mehr wiedersehen will? Nein, wenn ich draufklicke, dann... Das möchte ich natürlich nicht... Oh, ich kann dich kennenlernen. Hi. Jetzt folgen wir das Vieh auch noch. Bah. Äh, Kuh. Nein. Ich hasse mein Leben. Drück ja Tab. So, entdecken. Nein, ich hab nie Linksklick auf dich gemacht. Was will das denn? Ich hab nicht Kuh gedrückt. Also doch, ich hab Kuh gedrückt, aber... Kann mich mein Leben jetzt bitte in Ruhe lassen? Entdecken. Entdecken. Was geht denn falsch mit euch? Was ist mit Ihnen, Herr Liger? Verstehe ich nicht. Kann noch nicht entdeckt werden. Weil ich mit dir reden muss? Moment. C. Reden. Okay. Gut. Das war jetzt nicht so schwer. Sag das Ding entdecken. Danke. Folgen die mir jetzt alle. Oh Gott. Wisst ihr was? Wir machen C. Reden. Äh. Oh, ich glaub, die werden von den Bullen vertrieben. Cool. Reden. Reden. Ich will mit dir reden. Komm her. Jawohl. Bestimmt gibt's auch noch nicht schief mit, wenn ich so tausend von euch hinter mir langführe. Und Geld gibt's dafür. Reden. Yo. Ich zieh die alle an. Was ist das? Die hat keine Hörner. Die will einen roten Apfel lehnen. Hab ich noch gar nicht. Wow. Ist das meine Rakete? Oh ja. Ich dachte, hier schleicht ein riesiger Alien rum. Alles klar. Wusste ich. Da. Schwein. Lass mich durch. What the fuck? Hab ich gemacht? Jawohl. Meine Familie. Oh nein. Das wird jetzt gleich ganz schlimm enden. Denn. Wir sehen hier dieses gelbe Teil. Drücke jetzt Falltaste. Wohl den Presslufthammer. Und was war die Aktion F? Nein. Nein, ich will damit nicht schlagen. Das ist es auch nicht. E. Achso, E. Wehe, ihr folgt mir jetzt. Ah, sie rennen alle weg. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, wie weit geht das hier runter? Ah, da unten sehe ich doch schon irgendwas. Ah, ja. Okay. So. Dann ist hier eine nice Höhle. Ah, so. Wie in Minecraft spawnt ihr mir hinterher. Darf ich bitte an die Truhe? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Jetzt stecke ich hier fest. Jetzt gehe ich hier hin. Kann man nur mit F absteigen? Das macht doch voll keinen Sinn. Jetzt. Wie soll ich denn jemals wieder von den Tieren runterkommen? Flinker Automateur. Ah, okay. Immerhin noch ein Achievement. E. Jawohl. Was war das jetzt? Goldener Stein? Ah. Cool. Was gibt es sonst noch so? Nicht viel. Gehen wir mal hier weiter. Wahrscheinlich geht es hier wieder nach oben. Aber sich einfach runter zu graben ist doch so viel leichter. Was ist das? Bäume. Ah, ja. Das kennt man ja. Die Untergrundbäume. Okay. Wir könnten noch mehr dieser Apfelbäume suchen. Wisst du sowas? Kann ich irgendwas durch dich aufsammeln? Nö. Möchtest du irgendwas? Hast du Angst? Die hat einen goldenen Stein, oder? Bilde ich mir das ein. Du möchtest irgendwas? Können meine Tiere sich bitte verpissen? Wenn ich S drücke und abspringen, neu umpositionieren. So, kann ich schon in die Richtung? Ja, kann ich. Oh, halt. Ist das wieder hier? Oh, ja. Ich hasse euch. Darf ich mit dir reden? Okay. Ich bin verdammt. Oh, das Zaun-Tor ist aber besser, weil es nicht so runterhängt. Kann ich bitte? Ja. Und jetzt das. Oh, ihr legt euch alle schlafen. Cool. Ja. Ein besseres Zaun-Tor. Gibt's denn irgendwas zu entdecken? Ja. Oh, cool. Hab ich diese Katze schon? Wahrscheinlich. Was ist hier kaputt gegangen? Ah, nachts heult sie. Hat sie nachts Angst? Und jetzt möchtest du irgendwas von mir. Nein? Was war das denn mit dem goldenen Stein? Ist der immer noch da? Nö. Keine Ahnung. Ich werd nicht noch mehr Tiere ansprechen. Das ist ja grausam. Oh, da unten ist ein Chick. Mein Geld. Es ist gerade wieder Nacht geworden. Ach nein. Es ist immer noch dabei, Tag zu werden. Ah, Quests wiederholen sich ja nach diesem Tageszyklus. Und das heißt dann pink. Und was heißt grün? Hm. Du möchtest was? Du möchtest Zeug, was ich dir bieten kann. Die Tiere erfüllen die Quests schon halt. Okay, aber ich hab beides davon. Also. Oh. Gleich ist die Quest echt erfüllt, wenn du noch rankommst. Tier. Ähm. Oh. So. Tier. Dankeschön. Was krieg ich dafür? Einen goldenen Stein? Oh, war das eine Questie schon erfüllt? Ne, das ist ein goldenen Stein. Hast du Angst vor den Stieren? Kann ich deshalb die Quest nicht machen? Oder wegen den Zombies? Die unbesiegbar sind. Oh, Moment. Damit kann ich die Zombies killen? Mit den Tieren? Lol. Kann ich echt? Nice. Okay, hat einen Vorteil. Ah, jetzt hat der Typ auch keine Angst mehr. Aber da kommen schon direkt wieder Zombies. Warum? Nice. Dann kann ich die echt gut killen. Aber die töten meine Familie, wo ich generell gar nichts zugegen hab. Nein. Ich glaub, ich hab mein Tier getötet. Und ich war das schlimm. War das eine Questerfüllung für ihn? Äh, dankeschön. Hab ich gern gemacht. Oh, noch ein so'n Ding. Cool. Map? Okay. Wir versuchen jetzt noch ein so'n Steinchen zu bekommen. Hat er irgendwie was nicht geladen? Achso, ja. Muss dann noch. Hm. Was willst du? Kühner. Das ist dir doch ein goldenen Stein wert, oder? Oder? Hm. Was genau hast du dir das wert? Du bist doch grün. Was genau hab ich davon jetzt? Was genau passiert hier gerade? Ich kann Plumen einfach so umreißen. Ah, der wehrt sich jetzt gegen die Hühner. Und die Hühner besiegen ihn, oder was? Okay. Ach, hier geht noch irgendwas. Okay, das krieg ich hin. Äh. Ach, kannst du ein Opferritual machen? Um Zombies zu beschwören? Jetzt brauche ich das Zeug. Nee, ich will keine Leckerei. Ich misch' gern ein Steinchen. Wo ich aber irgendwie gerade nicht drankomme. Und was heißt Heldblau? Das machen wir mal noch ganz kurz. Ich wollte auch gerne eine zweite Folge aufnehmen. Das war natürlich jetzt wenig. Außer, ich hab noch nicht über die Hälfte von dem Zeugs aufgebraucht. Also vom Speicher. Ach nee. Oder halt, hat hier wieder irgendwer vielleicht Angst? Mach ich Kuh? Okay. So, hab ich dir jetzt geholfen? Nö. Die haben sich einfach verpisst. Kommen die jetzt nochmal wieder? Hm. Na toll. Wo ist das hellblaue Zeug hin? Weg. Hier ist wieder sowas. Was? Jetzt kommen wir wieder Zombies. Hey. Was? Ja, hilf mir. Oh, wow. Gute Hilfe bist du. Eine echt gute Hilfe. Was? Na egal. Schaffen wir den letzten nicht mehr. Krieg kein goldenen Stein mehr zusammen. Okay, du hast Angst. Ich setz mich auf. Okay. Halt, der noch. Jetzt dreh dich doch mal um. So, der auch noch. Der auch noch. Nein, ich will nicht den Typen. Fick dich. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich hasse dieses Spiel. Ja, tut mir leid, Mädel. Also dagegen kann ich jetzt nichts machen. Oder kommt mein Stier auch nochmal irgendwann zurück? Ich könnte... Zählt sowas? Leider nicht. Aber das macht dieses coole Geräusch. Und dann aufstehen und dann auf euch einschlagen. Aber das hilft nicht. Was tust du? Spielfigur. Anscheinend nur Bullshit. Okay. Schlechtes Spiel. Das Spiel ist kaputt. Habt ihr genau gesehen. So. Einfach aufsetzen. Dann zu irgendeinem Idioten hinrennen. Du hast keine Quest? Nee. Gehen wir mal da hinten hin, wo wir noch nicht waren. Goldener Stein. Das hört sich doch gut ein. Das mach ich doch. Da. Was geht hier ab? Ich möchte gerne absteigen. Ah. Die Leute sollen wissen, dass hier die Bienenkönigin herrscht. Okay. Für den Baum oder was? Wie das aussieht wohl für den Baum. Dann. Tab. Das hier. Zack. Pinsel. Schwarz. Und gelb. Na hier herrscht doch die Bienenkönigin, Mensch. Erkennt ihr das nicht? Ich erkenne das. Sieht doch noch was aus. Gut. Machen wir das weg. Drücken C. Sprechen mit dir. Und erreichen einen neuen Rand. Und das Geld verschwindet wieder. Na toll. Suchender Bauer. Weil ich den Quest schon hinterher suchen muss. Da du 20 goldene Steine hast, wird bei deiner Rückkehr zur Rakete ein besonderer Gegenstand auf dich warten. Etwas, das Licht ins Dunkel bringt. Das ist cool. Jawohl. Jetzt angreifen. Ja. Immer draufschlagen. Immer draufschlagen. So, was ist denn mit euch? Ihr habt doch gar kein Leben mehr. So. Habe ich alle weggemacht. Da kommt noch mehr. Was ist denn das? Finde ich nicht lustig. So, los, komm. Nein, wenn die, die schlagen, ist das nicht gut. Ah, weil die an mich schlagen. Okay, dann würde ich sagen. Kuh. Kuh. Huren Spiel. Huren Spiel. Okay. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Huren Spiel. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.